Man kann ohne jegliche Übertreibung behaupten, dass die Blockchain-Technologie als eine der bedeutsamsten technischen Innovationen der letzten Jahre gilt. Die Blockchain ist zu wertvoll, um darauf zu verzichten. Deswegen präsentiere ich euch nun eine Anleitung zur Entwicklung einer Blockchain-Applikation. Momentan werden Blockchains hauptsächlich für finanzielle Transaktionen verwendet. 2015 wurden von der Weltbank 352 Milliarden Dollar bewegt. Mit der Blockchain kann man bei diesen Geschäften auf den Mittelsmann verzichten und so die Kosten senken. Warum braucht man eine Blockchain-Applikation? Der Technologie-Einfluss ist zu immens und hat auch schon die wichtigsten Industrien erreicht. Die Blockchain bietet verschiedene Lösungsansätze für Probleme im Geschäftsleben. Das GUI, also das Graphical User Interface, sollte leicht zu bedienen sein und bekam den Namen Wallet. Im Wallet als Blockchain-Applikation können Inhaber Token aufbewahren und verwalten. Die Blockchain-Applikation wird meistens mit Bitcoin verbunden. Aber es gibt noch zahlreiche andere Möglichkeiten, die Blockchain zu verwenden. Wie zum Beispiel für Währung und digitale Aktiva. Die Blockchain-Applikation versendet als Transaktion Geld an einen Händler oder eine Person. Es können auch digitale Aktiva, Aktien und Obligationen verwaltet und gelagert werden. Die Blockchain-Applikation kann auch als auditale Aufnahme von Verträgen, Dateien und Datensätzen verwendet werden. Somit können große Datenmengen verarbeitet werden. Das ist vor allem hilfreich für die Regierung oder die Gesundheitsindustrie. Als Neuankömmling sollten Sie sich an Ethereum wenden. Denn Ethereum gilt als beste Alternative zur Entwicklung von Blockchain-Software. Ansonsten können Sie sich die besten Angebote an Plattformen im Internet anschauen und denen entnehmen, was für Ihre Blockchain-Applikation am besten geeignet wäre. Ethereum eignet sich für dezentralisierte Apps für Smart Contracts. Ethereum ist als allgemeine Programmierplattform optimal für die Entwicklung neuer Apps. Ethereum eignet sich auch für den Austausch von Waren oder Dienstleistungen. Und Ethereums Programmierung läuft über Solidity. Hyperledger Fabric Diese Software sollten Sie verwenden, wenn Sie eine geschätzfähige Software-Applikation programmieren wollen, die Sie mit Smart Contracts für privaten Blockchain nutzen können. Software Hyperledger Fabric B2B ist ein Projekt, das als Open Source verwendbar ist. User können hier neue Kanäle erstellen, wobei die Hauptbücher nur innerhalb des vorhandenen Kanals eingesehen werden können. Die korrekte Verwendung von Bitcoin setzt eine passende API oder eine passende Kryptowährungsanwendung voraus. Wenn Sie sich also dafür entschieden haben, mit Bitcoin zu arbeiten, dann können Sie eine entsprechende App für die Nutzung programmieren. Zum Beispiel gibt es Bitpisa, eine kenianische Bitcoin-App für kenianische Transaktionen. Die könnte wie ein Wallet oder eine Coinbase nutzbar sein. Für erfolgreiche Mikrotransaktionen verwenden Sie IOTA. Das Whitebook zeugt von der interessanten Technologie und wird die Blockchain noch nachhaltig beeinflussen in Zukunft. IOTA gilt zusammen mit Blockchain und Ethereum als einer der bedeutsamsten Kryptowährungen und darauf sollten Sie unbedingt ein Auge werfen. Den Blockchain Code verstehen Vor allem wird Ethereum Blockchain für Smart Contracts verwendet, wegen der leicht anzuwendenden Programmiersprache. Bei Ethereum gibt es Accounts, das ist die Basiseinheit von Ethereum. Es gibt zwei verschiedene Arten, die Externally Owned Accounts, die von menschlichen Nutzern kontrolliert werden und die Vertragsberichte, die im Inneren des Vertragscodes kontrolliert werden und durch Externally Owned Accounts aktiviert werden können. Jeder Bericht enthält ein Maximum von vier Feldern. Dazu gehören NONS, der Schalter, der sicherstellt, dass jede Transaktion nur einmal vorkommt, das Ether-Gleichgewicht, der Vertragscode und außerdem die Lagerung. Eine Transaktion enthält die verzeichneten Datenfelder. Eine Handelstransaktion ist ein unterzeichnetes Datenpaket, das Informationen speichert, die von einem Bericht zu einem anderen Bericht gesendet werden. Hierzu gehören der Empfänger, die Unterschrift, der Betrag des Aethers und die Daten. Die Anwendungsstrategie Die Anfangsphase kann bestimmen, ob Ihr Blockchain-Projekt in Zukunft Erfolg und Anschluss finden wird oder nicht. Der Schlüssel hierbei ist, dass Sie die vorrangigen Absichten der Blockchain-App-Entwicklung verstehen und erkennen. So können Sie dann die besten Features und die besten Funktionalitäten rausholen. Entscheiden Sie sich, ob Sie Ihre Blockchain-Datenbank öffentlich oder privat nutzen. Öffentlich dezentralisierte Plattformen sind hauptsächlich frei verfügbar. Jeder kann den Transaktionsverlauf nachverfolgen, neue Transaktionen schaffen und neue Blöcke programmieren. Analysieren Sie die verfügbaren Lösungen und nach der Analyse sollten Sie sich für eine der folgenden Optionen entscheiden. Verwenden Sie einen öffentlich verfügbaren Blockchain oder schaffen Sie ein privates Netz. Nutzen Sie cloudbasierte Anbieter wie IBM Bluemix, Amazon Web Services oder Microsoft Azure oder eröffnen Sie ein öffentliches Blockchain-Netz. Definieren Sie Ihre Erfolgskriterien klar und offen. Die Details sollten kundengerecht berücksichtigt werden. Somit steigern Sie keine Kosten, sondern machen das Risiko eines Fehlstartes nur kalkulierbarer. Vor dem Entwicklungsprozess müssen Sie noch wichtige Entscheidungen treffen. Entwickeln Sie eine spezifische Plattform oder eine Kreuzplattform. Dazu fehlen noch die Tools, die für die Lösung benötigt werden. Jede Art von Auswahl bringt dem Betreiber gewisse Vorteile und hat dann zukünftig Einfluss auf die User. Die Blockchain-Technologie ist ein Meilenstein im digitalen Fortschritt. Es ist keine Überraschung, dass die Blockchain-Technologie es zu mobilen Endgeräten und Apps gefunden hat, denn sie wurde auch begeistert und mit Leidenschaft unterstützt. Die Blockchain hat viel mehr zu bieten und wird in Zukunft noch größere Erfolge feiern, als sie es heute schon tut. In Ordnung, so viel dazu. Klickt hier, um ein anderes Video zu sehen. Schaut außerdem auf unserer Webseite vorbei für genauere Informationen. Vergesst außerdem nicht uns zu abonnieren, damit ihr keine Videos mehr verpasst. Okay, ich danke euch fürs Zuschauen und viel Glück bei eurem Vorhaben.